Natürlich möchtest du deinem vierbeinigen Freund auch im Sommer seinen täglichen Auslauf gönnen. Beim Gassigehen bei hohen Temperaturen ist jedoch Vorsicht geboten. Besonders der heiße Asphalt unter den Pfoten kann für deinen Hund sehr schmerzhaft werden. Zudem können Hunde nicht wie wir Menschen schwitzen, sondern müssen den Schweiß über Zunge und Pfoten abgeben. Auch der Kreislauf kann von der Hitze in Mitleidenschaft gezogen werden. Um deinem Hund den Sommer trotzdem so angenehm wie möglich zu gestalten, solltest du beim Gassigehen in den warmen Monaten einiges beachten. Was das ist und warum dein Hund niemals auf dem Sommerbodensitz machen sollte, erfährst du in diesem Video. Schaue unbedingt einmal in unsere Videobeschreibung. Dort haben wir den hilfreiche Artikel für jeden Hundehalter verlinkt. Nummer 1. Vorsicht beim Gassigehen im Sommer Am besten führst du deinen Hund an heißen Tagen nur während der Morgen- und Abendstunden spazieren, wenn die Sonne nicht so intensiv vom Himmel brennt. Achte darauf, dass Geschirr oder Halsband nicht zu eng sitzen. Ein eng anliegendes Halsband verhindert, dass dein Hund hecheln und damit Hitze kompensieren kann. Zusätzlich schonst du deinen Hund, indem du kürzere Strecken wählst und langsamer läufst als sonst. Möchtest du mit deinem Vierbeiner eine Radtour machen, dann tue das nicht an heißen Tagen. Auch Kommandos wie Sitz oder Platz sind absolut tabu auf dem heißen Sommerboden. Wenn du ihn auf dem heißen Asphalt sitzen lässt, dann kann er sich schnell verbrennen und Verletzungen erleiden. Wille statt Asphalt und ähnlichen Straßen belegen lieber Wege mit Sand, Gras oder Erde als Untergrund. Nummer 2. So testest du, ob der Untergrund zu heiß ist. Als Herrchen oder Frauchen merkst du im Sommer nicht unbedingt, wie stark sich die Straße oder Bürgersteig aufheizen, da du Schuhe trägst. Dein Hund hingegen läuft barfuß auf dem heißen Asphalt. In den Mittagsstunden, wenn das Pflaster wirklich heiß ist, solltest du nicht spazieren gehen. Um festzustellen, ob der Untergrund wirklich zu warm für deinen Hund ist, kannst du einen kleinen Test machen. Lege deinen Handrücken auf den heißen Asphalt. Wenn du das nicht länger als 5 Sekunden aushältst, solltest du die Pfoten deines Vierbeiners von der Straße fernhalten. Und Nummer 3. So schützt du deinen Hund. Eine Möglichkeit, wie du deinen Hund bzw. seine Pfoten vor dem heißen Untergrund schützen kannst, stellen Hundeschuhe dar. Es kann sein, dass sich dein Hund erst daran gewöhnen muss, im Sommer zahlt sich dieser Schutz allerdings aus. Eine generelle Möglichkeit zur Pfotenpflege bietet das regelmäßige Eincreme mit speziellem Pfotenbalsam. Dies ist insbesondere nach einem Spaziergang sinnvoll, schützt aber nicht vor dem heißen Asphalt. Grundsätzlich solltest du die Pfoten deines Vierbeiners immer kontrollieren und ihn bloß nicht zum Sitz oder Platz auf dem heißen Asphalt bringen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.